Und zwar nachweislich, gerichtsmäßig nachweislich, um diese Frauen vor der Gaskammer zu bewahren. Denn das Normale war, die Versuche wurden gemacht und weil sie unseriös waren, hat man sie einfach nach Birkenau geschickt. Die sind zu vergasen außen. Aber ich habe nichts gegen den Mengele in Auschwitz selber gesagt. Ich habe viele persönliche Kontroversen mit ihnen gehabt, aber nicht in dieser Sache. Das Volk glaubt dem Spiegel. Wir kriegen Bedrohungen, wir kriegen fürchterliche Schimpfbriefe, wir mussten unsere Telefonnummer ändern. Das ganze Leben hat sich total verändert hier. Und das nur aufgrund eines Artikels, der also für meine Begriffe absolut falsch ist. Man möchte natürlich, die Wahrheit ist so klar über Auschwitz und über alles, was gemacht wird, dass man sich also nur wundern muss, warum noch darüber gesprochen wird, wo doch die Fakten wirklich alle da sind, zahlenmäßig bestimmbar, wo was sonst eigentlich niemals der Fall ist. Gut, das ist meine Situation. Das war's. der sich von der Barsch-Jürgen aus dem Weg zu verabschieden, weil die Menschen auf seine Weise verabschiedet sind, würde es besser als zu machen, zu sagen, dass die Experiments von Dr. Josef Mengele, der infamische Angel des Deaths, an Auschwitz, was correct. Das, selbst, zeigt sich, dass der Mann entdeckt hat, oder dass er Teil der gesamten Team war. Ja, nun, sofern hier neue Tatsachen vorliegen und man wird diese Aussage wohl als solch werden müssen, ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, hier eine Untersuchung einzuleiten. Das hat sie getan und man kann natürlich dieser weiteren Untersuchung nicht vorgreifen. Aber die Staatsanwaltschaft musste hier tätig werden und dieses Tätigwerden ist auch passiert. Diesem guten Mann, der hat uns nie, wie wir Flüchtlinge daherkamen, je eine Rechnung geschrieben, dem haben wir alles zu verdanken. Also eine Reaktion, wissen Sie, erschütternd, erschütternd.